Striezel, wenn du glaubst, dass du mit deinem Riesen-Lkw irgendeine Chance gegen mich hast, dann hast du dich wohl geschnitten. Du bist heute nicht aufgetaucht, deswegen glaube ich auch, dass du selber Angst davor hast. Demzufolge zieh dich warm an und kein Vorsprung dieser Welt wird reichen, um mich zu schlagen.